ok meine lieben leute euer WESER am Start und heute mal ein etwas anderes Video weil ich gar keine anderen Projekte machen kann eigentlich ist ja Freitag nur für Vlogs und Artwork und darum habe ich ein bisschen Artwork gemacht und zwar ein Gedicht im Dialekt ein ganz kurzes einfach das was kommt am Freitag schauen wir ob es euch gefällt wenn es euch nicht gefällt kann ich auch nichts machen ehrlich gesagt aber ja was wollte ich noch sagen aber ich habe es vergessen also fangen wir dann gleich mal an mit diesem Gedicht also liebe leute es geht los Liebe Community für euch ein kurzes Gedicht es ist wie eine Geschichte wenn mir hin ins Knie wieder sticht ich bin gegangen ganz normal und plötzlich begann die Qual ein stechender Schmerz ich tue gescheit weh da schreie ich kurz auf auch weh oh weh es geht mir gescheit am Arsch da denke ich mir schmier doch gleich die Sportsoilben drauf humpeln schleife ich mir ins Badezimmer und merke es wird immer schlimmer die Soilben ist nicht da und ich scheiße mich gleich an und humpel ich schnell weiter zum Klo es geht sich noch rechtzeitig aus da merke ich wir haben kein Klopapier mehr zu Hause besser kann es ja nicht mehr werden da schreie ich ganz lau superer Tag der ist versaut okay meine liebe leute ich hoffe das kleine Gedicht hat euch gefallen jetzt kommt noch meine Endcut und zwar die ganzen Versuche die ich gebraucht habe bis ich einmal dieses Gedicht vorlesen habe auf jeden Fall ich hoffe das hat euch gefallen ein bisschen Artwork einmal wieder und ein das habe ich schon nochmal gesagt das ist scheißegal Dialekt Gedicht und peace out liebe Freunde peace out na peace out double peace out tschau ah schon versaut die erste Abnahme okay take number two take number two oder so besser zweiter take und bam boom okay dritter Versuch drei Numbers Radius das wird so was meh nochmal von vorne vierter Versuch Ein Schluss habe ich versorgt gerade. Ein Schluss. Das war jetzt so ein guter Take. Jetzt kommt alles am Schluss abspann. Sechster Versuch. Mit einem Gedicht, was ich geschrieben habe. Weiß man nicht. Okay. Sechster Versuch.